Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Quecksilber. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Als Vorkenntnisse solltest du das Chemiewissen des 11. Schuljahres mitbringen. Ich möchte dir in diesem Video einen Einblick in die Eigenschaften und die Verwendung von Quecksilber geben. Der Film ist in sieben Abschnitten untergliedert. 1. Kurze Geschichte 2. Stellung im Periodensystem der Elemente 3. Eigenschaften 4. das Metall 5. Verbindungen 6. Sicherheit im Labor 7. Ausblick 1. Kurze Geschichte Im antiken Griechenland, im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung, war das Element Quecksilber bereits gut bekannt. Berichte darüber liegen von Aristoteles und Theophrastus von Eresus vor. Auch das antike Rom des 1. Jahrhunderts war mit dem Quecksilber vertraut. Plinius der Ältere und Vitruf berichteten darüber. Im Mitteleuropa des 16. Jahrhunderts hatte der Arzt und Wissenschaftler Theophrastus Bombastus von Hohenheim, auch Paracelsus genannt, Kontakt mit dem Quecksilber. Für die Heilung benutzt er Quecksilber haltige Arzneimittel. 2. Stellung im Periodensystem der Elemente Im Periodensystem der Elemente Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! 6. stock chợ zie에 brunch. 100% 69%. 85.